Die Welt der Wischstaubsauger-Roboter ist groß. Wortwörtlich, wenn wir uns den Karton anschauen, der da auf Tims Tisch steht. Im Inneren des durchaus schweren Paketes befindet sich der Dreamy Bot W10. Dass der Staubi mit einer Absaugstation daherkommt, wird ja schon durch das aufgedruckte Produktbild klar. Viel wichtiger ist aber der Self-Cleaning-Mob-Teil, denn der Dreamy kann eigenständig für einen sauberen Mob beim Wischen sorgen. Damit hebt er sich deutlich von anderen Wischsaugern ab. Wie wichtig diese Funktion ist, merkt man erst später. Wenn man sieht, wie viel Dreckwasser sie produziert. Ich kann nicht anders als daran zu denken, wie viel Dreck mein alter Roborock S5 Max zwar aufgesammelt, aber auch verteilt haben könnte. Damit ist jetzt Schluss. Im Inneren liegt zunächst ein Info-Heftchen. Dazu gesellt sich der W10, welcher für den Transport gut gesichert ist. In einer kleinen braunen Kiste liegt das Zubehör. Passend zum Staubsauger kommt das Kabel in einer hellen Farbe daher. In der Zubehörkiste befindet sich weiterhin eine Seitenbürste sowie ein Reinigungswerkzeug. Am wichtigsten dürften aber die beiden Wischmobs sowie die Dockingstation sein. Letztere kommt mit einem Hersteller-Logo auf der Front daher. In der Dockingstation sind kleine Aufkleber angebracht, die entfernt werden können. Auf der Oberseite der Dockingstation befinden sich zum einen zwei Buttons und zum anderen ein Display in deren Mitte. Damit es losgehen kann, wird die Seitenbürste montiert. Auch die beiden Wischmobs wollen angesteckt werden. Die Dockingstation haben wir natürlich schon an Ort und Stelle verfrachtet. Fehlt nur noch der W10 selbst. Beim Start spielt Staubi eine kleine Melodie ab. Im Anschluss wird zum ersten Mal das neue Zuhause aufgesucht. Damit der W10 gleich losdüsen kann, muss ein Wassertank aufgefüllt werden. Im Inneren der Dockingstation befinden sich zum einen ein Schmutz und zum anderen ein Frischwassertank. Nimmt man die Tanks heraus, sieht man, dass beide gleich groß sind. Also dieselbe Menge frisch- bzw. Dreckwasser aufgenommen werden könnte. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das frische Wasser und lassen den Behälter volllaufen. Hierfür hat der W10 eine Max-Markierung, damit man den Wassertank nicht überfüllt. Insgesamt fassen die beiden Behälter jeweils bis zu 4 Liter. Der volle Frischwassertank wird nun zurück in die Dockingstation gehievt und der Deckel verschlossen. Das war's an Vorarbeit. Der W10 ist einsatzbereit. Der W10 wird über die Xiaomi Home App eingerichtet. Diese ist kostenlos im Play- und App-Store verfügbar. Damit man Staubsauger und App verbinden kann, muss dieser standardgemäß zurückgesetzt werden. Über die App werden die WLAN-Daten an den Staubsauger übermittelt und eine Verbindung wird hergestellt. Im Zuge der Einrichtung kann man der App sagen, wo Staubi steht. Bei uns verweilt der W10 im Gästezimmer. Theoretisch kann man dem Roboter noch einen eigenen Namen geben. Wir belassen es mal bei W10. Im Anschluss legt man fest, ob der W10 in Xiaomi Home vorne angezeigt wird und ob man die Kontrolle über Staubi auch weiteren Menschen erlauben möchte. Das ist bei uns nicht nötig. Nötig ist hingegen das Zustimmen zu den AGB, was wir wie wohl die meisten Menschen bejahen, ohne sie jemals gelesen zu haben. Die Dreamy App gibt anschließend Hinweise, wie man das eigene Zuhause vorbereiten soll, bevor sich der Roboter ans Werk macht. Auch zur Position der Dockingstation gibt es eine ansehnliche Grafik, die wir aber vollkommen ignoriert haben. Den Do-Not-Disturb-Modus schalten wir aus. Schließlich bekommt der W10 einen Reinigungsplan für Zeiten, in denen weder Tim noch ich zu Hause sind. An diese Ersteinrichtung schließt sich ein Firmware-Update an. Das wollen wir natürlich direkt ausführen. Nach knapp 1,5 Minuten ist das Update durch und Staubi auf dem neuesten Stand. Nun sollte es natürlich an Staubis erste Fahrt gehen. Unser W10 fährt mit folgenden Einstellungen. Die Saugleistung steht auf Turbo und der Wischer auf Nass. Los konnte es gehen. Wir springen jetzt aber direkt zum Ende dieser ersten Fahrt. Durch gute Erfahrungen mit dem letzten Dreamy fuhr der W10 ohne, dass wir im Hause waren. Völlig neu war für uns allerdings, dass die Dockingstation des W10 die beiden Wischmobs nach der Reinigung trocknet. Ich weiß jetzt schon, welches Feature ein Roborock S8 Max V Ultra nächstes Jahr spendiert bekommen sollte. Allerdings, das Feature ist durchaus laut. Man stellt den W10 also garantiert nicht in die Küche oder ins Wohn- oder Schlafzimmer. Wie man auf dem Display sieht, durchläuft die Trocknung vier Phasen. Staubi ist somit über eine längere Zeit zu vernehmen. Ist das farbige Display aus, kann man es über einen Druck auf die Home-Taste wieder aktivieren. Die Anzeige auf besagtem Display muss nicht englisch sein. Über die Settings kann man die Roboterstimme sowie die Displaysprache auf Deutsch stellen. In den Settings kann man noch einige weitere Einstellungen vornehmen, wie etwa den Turbo-Modus. Über die App informiert Staubi auch über jeden Schritt der Reinigung. Vom geplanten Start bis hin zu möglichen Problemen oder dem Ende der Reinigung. Habt ihr gewischt, muss im Anschluss der Dreckwassertank ausgeleert werden. Das sollte man recht schnell machen, also wenn man beispielsweise abends nach Hause kommt. Vorhin war der Wassertank ja komplett gefüllt. Auf Stufe Nass, wie vorhin beschrieben, verbraucht der W10 etwa ein Drittel des Wassertanks. Die Dockingstation des W10 verstummt, sobald die beiden Wischmobs getrocknet sind. Das Display hat aber auch eine weitere Funktion. Über jenes wird der aktuelle Akkustand angezeigt. In meinen Augen weiß man erst, was man an einem Display auf der Dockingstation hat, wenn man es erstmal in Aktion gesehen hat. Staubi lädt also und bereitet sich so auf den nächsten Einsatz vor. Das Display ist während dem Ladevorgang nicht dauerhaft eingeschaltet. Wird Staubis Wassertank gefüllt, klingt es in etwa wie bei einer Kaffeemaschine. Nach der ersten Reinigung, die im Gästezimmer begann, sucht sich der W10 nun den Punkt in der Wohnung, der am weitesten entfernt ist. Bei uns ist es das Bad. Der Grund hierfür ist ganz klar. Der W10 sucht sich einen Punkt, von dem aus er sich streckentechnisch langfristig seiner Dockingstation nähert. Wenn es dann an die Selbstreinigung des Mobs, die bei uns alle 15 Quadratmeter erfolgt, geht, muss er stetig weniger statt mehr Strecke hin und her fahren. Je nachdem, wie groß eure Wohnung ist und welche Einstellungen ihr vorgenommen habt, erfolgt die Reinigung der zwei Wischmobs öfter oder seltener. Der W10 kommt mit einer Saugleistung von 4000 PA daher. Da wir ihn im Turbo-Modus laufen lassen, ist der Bound 66 Dezibel laut. Verwendet man die kleineren Saugstufen, verringert sich die Lautstärke auf Wahlweise 60, 57 oder 55 Dezibel. Da wir ihn nicht vor Ort sind, wenn der W10 läuft, ist uns die Lautstärke nicht so wichtig. Ist man allerdings vor Ort und schaut beispielsweise Fernsehen, sollte man dafür am besten ANC-Kopfhörer verwenden. Die Staubkammer des W10 fast 450 Milliliter. Einen extra Wassertank gibt es nicht. Also außer eben in der Dockingstation. Der Akku im W10 fast 6400 mAh. Je nach Saugleistung und Größe eurer Wohnung reicht das locker für einen Durchgang aus. Auf Turbo eingestellt macht der W10 bei unseren ca. 60 Quadratmeter Reinigungsfläche mit ca. 3 Mob-Reinigungen eine kurze Ladepause von etwa 30 Minuten. Würden wir die Saugkraft verringern, wäre das sicherlich nicht notwendig. Der kleine Racker soll aber was schaffen und wird deswegen auch weiterhin auf Turbo eingestellt bleiben. Dreamy gibt die Laufzeit pauschal mit 170 Minuten an, aber eben auf niedrigster Putzstufe. Eventuell hat man es eben bereits gesehen. Nach der ersten Fahrt hat der W10 automatisch die Räume erkannt und abgetrennt. Was vor ein paar Jahren noch mühevoll selbst gemacht werden musste, ist nun automatisch erledigt. Auch Teppiche erfasst der W10 nun automatisch und hat, wie man vorhin bereits in den Settings gesehen hat, auch einen Teppich-Boost-Modus. Die Wischmops, die ihr immer mal wieder fleißig arbeiten seht, kommen auf 180 Umdrehungen pro Minute. Ich kann nur für mich sprechen, aber würde ich mit meinem Wischmop versuchen, in 60 Minuten Reinigungszeit jeweils 180 Umdrehungen pro Minute hinzubekommen, hätte ich wahrscheinlich schnell einen chronischen Drehwurm. Diesen überlasse ich bei dem W10. Die Anleitung erklärt, ob und wie viel Reinigungsmittel dem Frischwassertank hinzugegeben werden darf. Damit ihr diese nicht durchblättern müsst, gebe ich euch die Informationen auch weiter. Gar keins. Dreamy rät explizit davon ab, Reinigungsmittel dem W10 zuzufügen. Euer Boden wird folglich nur mit Wasser gereinigt. Während man dem W10 zusieht, bekommt man das Gefühl, dass Dreamy hier eine Chance verpasst hat. Der Staubsaugroboter kommt in einer D-Form daher. Fernab davon hat Dreamy ein wirklich gutes Gesamtpaket geschaffen, welches die Wohnung zuverlässig und auf Wunsch hin sehr gründlich reinigt. Für die Orientierung im Raum gibt es wie so oft bei der Geräteklasse einen Laserabstandssensor. Selten bis nie wirkt der W10 verloren. Angst um eure Lampen und kostbaren Gegenstände müsst ihr nicht haben. Bisher hat der kleine Kerl bei uns noch nichts in den Tod gerissen. Kontaktsensoren sowie Absturzsensoren auf der Unterseite sorgen für eine sichere Fahrt. Wir haben ja schon den ein oder anderen Schmutzwassertank gesäubert. Und zwar produziert der W10 wirklich viel Schmutzwasser, allerdings finden sich im Inneren des Tanks wenig eklige Abfälle, da diese zuvor in den Staubtank wandern. Insgesamt sind wir mit dem Saug- und Wischergebnis sehr zufrieden. Da wir ihn dreimal die Woche fahren lassen, kommt es bei uns nie zu groben Verschmutzungen, sodass er bei uns alles in allem eigentlich nie an irgendwelchen Rückständen auf dem Boden gescheitert ist. Da die beiden Wischmobs kräftig Druck auf den Boden ausüben, können auch festere Schmutzreste entfernt werden. Dazu zählt beispielsweise ein Ketchupfleck vom Mittagessen, das ein paar Stunden zurückliegt. Wer den Wischmobs noch feuchter haben will, kann auch einstellen, dass der W10 alle 5 oder 10 Quadratmeter zur Dockingstation zurückkehrt. Auch wenn der W10 recht flach ist, unter unserer Couch haben wir Sperrzonen eingerichtet. Andernfalls besteht die Gefahr, dass er sich dort verklemmt. Ist der W10 wieder in seiner Station angekommen, wird der Wischmobs bei 40 Grad warmer Luft getrocknet. Zu gegebenermaßen, vor der Anschaffung des W10 hatten wir uns wohl nicht genau informiert und waren erstmal überrascht, was hier Geräusche macht. Nachträglich sind wir sehr, sehr erfreut über diese Funktion, auch wenn sie nur etwas für geduldige ist. Die vier Stufen der Trocknung dauern durchaus eine Weile. Durch die Trocknung wird allerdings die Entstehung von Schimmel verhindert, was ich persönlich sehr gut finde. Ein wenig Pflege ist trotzdem notwendig. Alle zwei Wochen sollte man das Reinigungsbrett aus der Dockingstation nehmen und reinigen. Das ist schnell erledigt. In der Regel entfernen wir nach der Reinigung noch am selben Tag das Schmutzwasser, damit auch das nicht umschlägt. Insgesamt aber arbeitet der W10 sehr autonom, was das Wischen anbelangt. Und vor allem, was nicht weniger wichtig ist, sehr gut, was das Saugen anbelangt. Manch einem könnte die Staub-Absaugstation fehlen. Wir kommen aber auch ganz gut ohne klar. Wie viel die mehrfache Mob-Reinigung hingegen bringt, kann jeder selbst sehen, wenn man das Schmutz oder besser gesagt Dreckwasser nach einer Fahrt inspiziert hat. Über Google Home oder Alexa kann man Staubi auch via Voice Command losschicken. Der Dreamy W10 ist aktuell auf Amazon für 1099,99 verfügbar. Allerdings kann man an der Kasse einen 170 Euro Gutschein einlösen. Ihr habt noch Fragen zum Dreamy W10? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Sarah Elisa Ole für die Nerdbench.